ARD Text im Auftrag von Funk Ich muss gegen Jomama spielen, was soll das? Ich habe lang keinen Ornn mehr gespielt. Ich habe lang keinen normalen Laner mehr gespielt. Alles was ich für spiel habe ist Timo. I guess? I have no man Alex. Wenn ich mir noch einen Weg, wenn ich mir noch einen Weg, wenn ich mir noch einen Weg. Ich bait ihn. Indem ich crafte, die Crafting-Pad. Ich bin da. Und gedodged. Er hat keinen Flash. Sehr schön. Big, 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 Jungle Diff, wo ist Waldbrand? Hä, wo ist Waldbrand? Ich habe 290 Gold, dass ich die BKM in den Boots kaufe. Boah. Ich gehe AP-Umi. Ja. Blatt ist absolut Delulu, holy shit Junge. Was ging bei ihm denn? Ah, hast du es gesehen? Ne leider nicht. Ich hätte es keinen gesehen. Voll die shit. Kennen gemisst. Magrids. Magrids geklatscht. Magrids geklatscht. Magrids geklatscht. Magrids geklatscht. Magrids gefühlt auf zwei Drittel HP gedroppt. Äh, fünftel. Boom! Ja, Benne, kannst du Dings helfen? Junge, ich weiß jede kennen. Ja, ich komm. Hat er geultet, der Arthrox? Weiß das jemand? Äh, ja, hat er. Das heißt, ich kann jetzt einfach gleich killen. Äh, noils. Die Lux machen einfach mehr Schaden als ich. Ich versteh's nicht. Ja, und das? Ich mach's chapter. Ah! Lauf mal Richtung obere Linie. Wenn ich da keine mittelische D2 machen. Alles gut, Arthrox hat gerade einfach geultet. Keine Absicht, scheiße. Die Auslage fahre ich rein. Da, gönn dir. Ey, du hast die Canon bekommen. Wenn die wohl dich haben. Arthrox! Und wo wir den abfangen? No, du geh canceln, ich tippe auf die Zone! Tsch, 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 tsch. Ich will so sein auf'n knuckling Arsch kommen. Ich glaub, das ist auch ne, ich weiß. Ich hab mein Auto gebraucht, du geh canceln. Das ist so perfekt gespielt, so. Ja, drivebar. Digga, also Arthrox, also ist echt crazy, Digga. Lang nicht mehr so'n schlechten Toplaner gesehen. Nicht mal auf meinem Beamer-Account spiel ich gegen solche Arzen. Gern geschehen. Vielleicht ist doch einfach mentally tilted, dass du ihn am Anfang... Ich hab schon wieder die kennen gemisst. Ja, das ist mein Tower gleich ein bisschen. Ich kann ulten, sobald ich in Range bin. Nee, ich mach Krabbe. Okay, ich ulte nach. Ich bumm. Na, Digga. Ist nicht passiert. Bro, ist zur Seite geäht, als die Ult gekommen ist? Und hat zwar kack zu flashen, als sie gegangen ist. Digga, das sah ja so crazy aus. Ich hab keine Häufel. Alles gut. Hier kommen grad ein paar Arzen. Ich geh einfach... Bro, was hat der gegen mich? Also legit! Ja, wie ist das da durchgelaufen, Junge? Das kann nicht sein. Ja, chillig. Hä? Die Stunt der Menacingly. Ich tank, ich tank. Nee, okay. Nee, okay. Doch, ich tank noch, ich tank noch. Ich tank noch. Jetzt nicht mehr. Bro, ich hab grade mein ganzes Leben getankt gefühlt. Bisschen sind noch tp-drag. Tp-drag, seid ihr ready? Ich bin da. Ähm, place mal hier irgendwie ein ward oder so, weil die kommen da gleich. Oh! Ja, nicht blue ward. Matt, du hast doch bestimmt einen. Da, perfekt. Komm. Was gut ist, die machen denn nicht? Ich bauch halt ein halbes Drunk. Na, Digga! Fick die Ramos! Sehr schön. Fick den anderen. Ja, du geile Sau. Klatschen. Was? Ich hab auch drei Leute reingesprungen. Digga, big, big, big. And now we drake. Das ist ein Team. Wir sind, Junge. Boah, ich würd's garst, wie wir im Einzelnen alle so useless sind gefühlt. Lass mal hier Arthrox, äh, abcutten. Entweder ist er hier oder da. Ah, ist eben ja cool. Da, hier. Wen hat die grad Polymorgen? Ja, oft. Yeah, Jungs! Oh, shit, Digga. Könnt ihr zerwerfen? Alter, hast du dich gehabt gehäutet vor mir, du ekelhafter? Ey, weil mir steht, ich kann Yumi upgraden. Cool. Mach mal bitte. Moin Moin Loons. Oh, Lele. Aber, ist voll kacke, wegen dem Mana. Kauf Shadowflame. Kauf Shadowflame. Kauf, raue wir uns. Wie geht? Good fucking game. Also, what the... Pommes Cap, Digga. Ja, lass am jetzt, komm. Lass am jetzt immer füllen. Habt recht, ihr habt recht. Ihr habt mich überredet. Jungle? Na, ist over, Jungs. Ist over. Ist wirklich over. Ich find's super. Bis auf Alex ist jeder auf ner Scheißposition, oder? Ja, Alex kann aber auch alles. Also, das kann auch alles. Nein. Er schießt viermal daneben, die Invade. Hä, hä, hä. Ich wamm, Du Lingo machen. Was soll das? Ich hab so, die, 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 die Lingo. Du, die Lingo, Junge. Save me. Boah, egal. Ich weiß, wie man sechs spielt. Ich hab das bei meinem Lieblings YouTuber schon, ähm, beobachtet. Junos, geh ich. Junos. Junos. Ich weiß nicht, ich krieg Schmerzen, wenn er sechs spielt. Hä? Okay. Ich weiß nicht, dass ich so einen vorschnellt. Könnte ich viel Scheiß hier rumliegt. Sammlein, Sammlein, Sack. Sammlein. Mann, ich bin nutzlos. Er emotet auch noch, Digga. Seine Mutter ist ne... Ups. Ich bin stark aus meiner Seite. Ja, danke, danke. Nein! Nein! Die ist nachgeflasht! Sie hat alles... Ja, okay, nee. Er ist Six geworden gerade, oder? Der Wechser. Ja. Also, er ist Ob geworden. Pff. Ich hab die Auto-Tech gecancelt und Daniel hat den Kill bekommen. Mach kein Spaß. Was? Schön, Alex. Fick. Soll ich hier die Scheiße pushen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich bin der Stamm. Boah, es ist echt crazy, wie kacke ich spiel. So, ich muss da für Flashing, ne? Ich hab ihn auch nicht bekommen. Du kannst schon. Ich hab eine Auto-Tech gecancelt, deswegen kein äh, Daniel in den Kill gegeben. Ich bin auch mal away. Wenn sie es rausgehen, äh... Hä? Habe ich nicht die... Oh mein Gott, wie hat sie das perfekt... Hält die Fresse! Ich hab dir ein kurzer Kombo reingehammert. Wollkrups, er macht Wollkrups! Mein Wollkrups! Du Wichser! Oh, ich hab daneben gecued. Hey, we are a good time for you. Oh, lol, Lex, Alter. Das ist crazy gewesen. Ist er tot? Sehr schön, Junge. Und sogar wieder zurückgebounced. Ich hab sechs Wollkrups, Jungs! Ist das nicht crazy? Also, was heißt ich? Wir, wir haben sechs Wollkrups. Wir sind ein Team. Ich krieg die Platte noch. Ich hab ein Wollibar, was daran ist. Ja! Junge, der Säck ist ja so einfach teilweise. Achso, wir sind einfach. On my way? Na, für grad. Schluck der? Ne. Wir sagen, ich komm wieder auf. Da ist keiner. Wie machen wir das jetzt am besten? Du kannst mit Watt Q machen. Ah, ja. Ich hab noch keine. Achtung! Nein, der Watt ist einfach... Geil, Mann. Blub. Sehr schön. Blub. Blub. Watt ist dissipiert, der hier war. Und die haben eigentlich eine bekommen. Die kauen jetzt erst auf den Trunk. Ach, Digga, ich bin der schlechteste Spieler, den es gibt. Junge, es ist for real. Also, es ist nicht der Ansatz 2. Wieso? Ey, der Support wäre ich gar nicht. Ey, die Support wäre ich gar nicht. Ey, die Sie... Ich dachte, vielleicht ist es jetzt da an ihr will. Das ist so gut verschlecht. Warten. 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 Legitim, die spielen so. Ja, sorry. Also, wir werden die ganze Zeit gestiert von jedem. Dass ihr Bot Lane spielen dürftet, das hab ich euch im Draft schon sagen können, weil ich auch einfach jungle bin. Nee, kommst du! Ich dachte, bei irgendjemand hat geklappt. Meinst du mich? Ja, ich hab kein Harald gemacht. Bist du Auge mit dem? Bist du Auge mit dem? Nö, nö. Achso, sorry. Ja, es hat mich abgedenkt. Ich kann das, was ich... Noch so einer wie ich. Es ist wirklich... Was ist denn mit euch? Wo ich das Spiel... Jung, die Rolle ist scheiße. Also, für mich persönlich. Ja. Habe. Sie ist tot, sie ist tot. Das ist gut. Noch für Ryle, Slow of Alistair, das ist echt nicht schlecht. Ich bin echt zu stark. Ja, das gelingt auch noch. Wir gehen jetzt alle Drake zusammen. Ja, wir haben kurz Drake resettet. Ja, das ist die Sinn. Meiner... Egal, ich hab gleich wieder ab. Oh mein Gott, das wird wieder weggetramt. Halt die Erde, die ist tot. Wollen wir das noch falten? Ja, ich mach hier ganz viele Sachen. Guck mal hier. Trace und dich machen. Boah, ich bin drin. Okay, oben. Sehr schön. Boah. Boah, schade. Jetzt hätte ich besser machen können. Ich hab ein bisschen getreut. Ränen ist halt top noch ein bisschen Bomberklar. Das war gleich richtig spannend hier unten. Okay, was war der Elister? Okay, hier. Noch eine E oder so? Eine W? Boah. 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 Das wird ausgeschnitten. He, ich hab den Bluboff geklaut, gell? Lol. Echt? Ja, ja. Oh oh. Nein, sie machen Bären. Weil die Brand sehen. Äh... Bluboff, wie jetzt kam, wir können schon ein bisschen zu fetten. Ich steil den. Ich geh rein. Sind die alle da? Hä? Geiler Typ. Das wird reingeschnitten. Ja... Ja, ich war eben... Keine Ahnung. Hab ehrlich gesagt, ist nichts passiert. Wir sterben halt alle, aber wir bekommen bisschen was dafür. Also das Ding ist, ich hätte jetzt nen Pentacle machen können, sag ich dir ehrlich. Ich hab richtig gut, egal. Scheiß drauf, egal. Guck mal, die Barren Minions, Junge. Es geht richtig ab, grad. Ich holte rein, schulde rein, schulde rein, schulde rein. Was? Wie hat der den? Wohin. Die können mitte drunter rennen. Ich hab Nash noch, ne Jungs? Ja, schwing, ja. Schwing, ja. Ordentlich. Oh ne Anti-Heal, nein. Was macht der, kommt Anti-Heal? Was hat er doch gesagt? Warum? Dass er das macht. Ja, das macht ja schon Sinn, er kann's gut spreaden. Wenn nicht. Ja, aber auch mal davon abgesehen, Anti-Heal, Digga, das Ding gibt dir für 2.200 kriegst du 900 AP. 900 AP, das ist krass, holy shit. 90 AP, Digga, es gibt kein Item, was so billig ist, was der so viele AP gibt. Also die Rod, die normale gibt 70 AP und ist 1250 wert, ne weißt du? Tja, und 100, und 100 mehr. Was? Bro, mein junger Mathe, Mann. Mal mit der, Mann. Oh mal, wow. Ups. Top-Land ist Trosch. Ja, Trosch, ne? Tricks. Gell, gell? Hier soll eine HP-Bahn nicht runtergehen, seid ihr ehrlich. Noch nicht. Oh, guck mal. Das sieht gut aus. Wenn ich's da bin, dann kommt ein TP. Alter! Schön. Boah, was sind hier alle? Egal, egal. Wir, wir drei können das aufhalten. Ich leb noch. Nein, natürlich. Ja, ja, ja. Also, noch. Deswegen, Paytas, Paytas, Paytas. Oh, das ist huge, euch von Navi, Digga! Okay, GG, huge. Bane, 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 Bane. Ich hab zwei Kits gemacht. Das ist crazy. Ich bin full-life wieder fast. Ey, 6, Supremacy. Hat er ok? Na, kurz warten. Jack, was machst du? Sprich, war doch nicht auf. Er ist nicht abgewiesen, der Cooldown. Was soll ich denn machen, Juni, soll ich mich... Ah, ich hab Flash, warte mal. Ich hab Flash, warte mal. Einfach direkt bitte drauf. Ich hab einfach. Wenn's einfach. Das funktioniert hat, hallelujah, digga. Das ist crazy, Junge. Ich hab Shutdown! Oh, oh, oh. Hab ich aufgenommen? Ich hab auch nicht echt. Ey, war das ein sexy Game von mir, holy shit. Das ist ja wirklich crazy, Daniels. Ich nehme alles zurück mit meiner Aussage am Anfang, dass jeder auf einer scheiß Rolle ist. Ich habe nichts gesagt. Okay, baue ich, baue ich Harzi, äh, baue ich Warmox, äh, ach, Digga.